Hallo zusammen ist wieder Freie Akte in den neuen Typen mit dem neuen Projekt Let's Play Shadow der Hatschock für Nintendo Gamecube Gucken wir uns mal diese Sequenz erst mal vorher anfangen ein Bösschen ein Mordverlust wie wir auch bei Motorrad Oh Gott große Monster Autos wir haben auch mit Autos jetzt ein Motorrad von der Igel und haben Maschinengewehre Maschinengewehre Oh mein Gott und viele Gegner auf und mal wieder ein geiler Soundtrack ich das zu sagen darf und ein Bösschen Schwarz Igel da aber auch nach der Igel damit der Hatschock war gar nicht die Lade die Nachmittlung alle kenne noch ein und wir verprügeln sie alle in die Luft vor die Welt zu Wort beirkt so war das ich sage ich euch das ist geil verdammt oh mein Gott eine Bootskanone sie haben die Werftverlust ein Wölzer Igel ein Wölzer Igel oh Gott du bist red und ein ein Wölzer Igel er hat er gehört wird die Beobachter er mitten in der großen Stadt er hat gerade gemerkt ich bin etwas durchgedreht aber dieses Spiel geil ich habe es schon mal angespielt ich habe ein paar Level gespielt aber nicht viel mehr aber gar keine Option 2 Spiele 1 Spiele auch gar nicht unglaublich unglaublich Musik hör die Musikspielzahl machen wir gleich mal oder auch nicht geben wir es wieder raus Speicher yeah ein Spieler sorry wir sind neu ein ja wir sind nicht ich bin heute mal die Fresse ne kind mein k nein so schade Mann Schade Maria! Wer bin ich? Und warum kann ich nicht etwas erinnern? Und wer ist diese Maria? Wer ist das? Schau mal wie schlussend sie sind. Ich habe keine Zeit für diese Menschen. Schöner... Wie Sie sehen, die Day of Reckoning wird bald hier sein. Find die zwei Chaos-Emeralds und sie mir zu mir, wie es gesagt hat. Wer bist du? Und wie bist du, dass ich Shadow bin? Und was bist du? Was war das alles? Wenn er sagt, dass er die Wahrheit weiß, was ich bin, dann muss ich ihn glauben. Der einzige Weg, dass ich die Geheimnisse in meinem Vergangen habe, ist diese Chaos-Emeralds. Damm-damm-damm. Hier sehen wir jetzt mal die Level-Auswahl, oder beziehungsweise, welches sie sind. Ich glaube, es kommt noch mal kurz-sequenzmäßig etwas, oder täuschen mich. Ja, täuschen. Okay. Kurz zum Spiel. Wir fallen erst. Oh my God. Laser B. Okay, das war ein bisschen total auf Raddreh bei diesem Spiel. Okay, wir haben es gerade gesehen. Wir müssen wie in jedem Sonntag-Spiel die Chaos-Emeralds finden. Damit wir nicht total durch sind. Oh my God. Auch keine Dinge mehr. Und hier gibt es eine kleine Änderung in diesem Spiel. Es gibt etwas. Die Expo-Emeralds. Die zeigt sich erstmal. Sie können weiter in die Home-Emeralds. Wir können ganz schnell Rollschuhen fahren. Mit Chat-Buhls-Rollschuhen. Wir können aber auch zuschlagen. Und was die hier vielleicht schon bisher? Es gibt Waffen. Zum Beispiel ein Straßenschild. Was kann der Straßenschild machen? Töte! Ich töte dich wie ein Straßenschild. Stöte! 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 Stöte kaputt. Auch gut. Stöte kaputt. Was haben wir denn da? Das ist ja nichts. Oh nein. Der Wingler gibt es auch. Sonic! Hi Sonic! Der auf mich! Booms! Booms! Wo ist der Gegner? Egal. Geben wir weiter! Komm! Boom! 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 Wir haben einen Grundsatz her. Haben wir eine klare! Eure klaren! Sonic! Jetzt habe ich keiner mehr. Müll schon leer! Fail! Dreck! Fail! Wie soll es anders sein? Das ist echt Agnespiel. Okay. Hier ist ihr Sonic. Wir können uns entscheiden, welcher Seite wir angehören, wem wir helfen. Eggman oder Menschen oder diesen Alienviechern, die uns Waffe leer machen. Weil ich auch schieße. Und je nachdem, beeinflusst sich dann das Spiel und auch das Story Mode, was passieren wird. Stimmt! 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 Wauch ganz viel Müll so. Wie es sieht, fühlen sich dann oben zwei verschiedene Balken. Blau für gut, sozusagen, und rot für böse. Und je nachdem bekomme ich dann einen anderen, ja, Special Move. Und es geht halt wieder darum, die Kälte zu ermutigen. Aber eins möchte ich euch, wenn das so stylisch. Ich kann an der Wand den langlaufen. Oh mein Gott! Wann! Und? Wir haben den ersten Chaos Emerald. Cool, oder? Geht ja! Nö! Komm spät, Shadow! Du bist auch hier! Das Auge wird mich verfolgen! Oh mein Gott! Ich werde euch alle töten! Ich gehöre zu meiner eigenen Zeit! Ich wünsche die Shadows! Ich mache das, um mehr Punkte zu kriegen! Ruf ich jeden Fall! Wir werden da versuchen, dieses Mal auf der Grundseite zu sein am Anfang. Ich werde jedenfalls mal gucken. Deswegen werde ich jetzt keine Menschen mehr abschießen. Wo ist der Bastard? Mensch! Hanko! Mops! Savara! Wenn ihr jetzt Mönch hier seid, bitte fühlt euch nicht! Diskriminiert! Ist nicht mein Absicht! Stil! Steath! Zwei Mensch! Still! Still! Menschen wollen wir doch nicht tösen! Shadows! Bözes Shadow! Sitz! Aust! Stil! Nehmen wir mal die Waffe! Das Zustand! Mit Strollen Aliens! Und dieETH! Ein Mensch! Gehm also weiter. Ham Sonic! Y solamente Quatsch Wumumumumumumumumumumumumumumup als Verbot schon ruhig große Abwärts Markus Wurm HA macht schön bucht Blatt aus rassene sie gelt die Versalltag nicht der Elbe ausachteten Niedel der und die auch die Kirche einfach mal quer durch das Level in den Wörtern wenn wir nicht so viel ab für mich gut weniger Level mehr die A der Liedel und amal da war schon fast das rote zusammen nur hat die lecker lecker der Wurm auf Explosion da ist wieder die süße Maus nachher stürzt doch nicht welche drüben springe verarscht dann zeige ich dir mal den du musst wir explodieren halt mal zur Seite auch du noch mal war nicht sei doch mal super sei genau auf du alles kaputt und wir nehmen das straßenschutz nicht mit wie es weitergeht ob wir das erste Level abschließen ob wir es doch nicht töten oder einfach alle vier vernichten und alles auf dumm ist sehen wir im nächsten Level ich bin bis zum nächsten Mal ciao ciao Vielen Dank.